Willkommen zu dieser Folge von SimCityBuilded. Wir befinden uns gerade im Ladescreen, weil ich euch noch etwas sagen will. Letzte Woche wollte ich eine Folge aufnehmen, habe sie auch aufgenommen und das Video war nicht mehr verfügbar. Dann zeige ich euch jetzt mal, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Also wir haben das nächste Level erreicht, Level 15. Wir haben hier einmal die Bildungsabteilung und die Verkehrsabteilung gebaut. Dann haben wir hier den Stadtbereich erweitert. Und ja, wir haben auch den Strand freigeschaltet. Aber da habe ich noch nicht die ganzen Sachen dazu gehabt. Und was haben wir noch gemacht? Ah ja, ähm, bei Transportmittel. Wir haben hier einen Busbahnhof reingebaut. Für alle Leute, damit die halt ein bisschen glücklicher werden. Und bei Bildung haben wir hier auch, ähm, eine öffentliche Bibliothek gebaut, die hier. Ja, zum Glück habe ich rechtzeitig gemerkt, dass die Aufnahme dann irgendwie nicht funktioniert hat. Sonst hätten wir wahrscheinlich noch Level 16 erreicht. Und da kommt halt noch die Gesundheit hinzu. Ähm, ich glaube... Ah ja, und außerdem haben wir noch... Wir haben hier noch die Straßen auf 6-spurig verbessert hier. Und hier halt auf 4-spurig. Weil der Verkehr wirklich schlug war. Ah, ne, danke. So, jetzt habe ich halt hier... Mein... Mein Lager ist halt voll. Ähm, werde ich jetzt mal ein bisschen hier ausbauen. Es tut mir jetzt halt sehr leid, dass ihr was verpasst habt. Aber auch nicht wirklich viel. Es wurde halt nur hier der Strand gezeigt. Weiter nichts. Was neu ist. Außerdem gibt es hier momentan dieses Oster-Event. Ich habe jetzt hier schon 50 Ostereier und wir brauchen 500. Mal sehen, ob wir es schaffen. Hier haben wir irgendwie... Wir brauchen hier zwei Nägel. Oder... Ne, drei. Aber das Komische ist... Oh. Ich dachte eben, ich hätte drei, aber... Naja. Dankeschön. So. Das hier noch. Da kriegen wir auch noch 50. Haben wir jetzt schon 130. Geht also gleich... ist gleich schon fertig. Viel Gemüse. Ah, ich lasse es erstmal. Es ist gar nicht so viel. Ich habe die ganzen Materialien schon im Voraus hergestellt. Ich hoffe, das reicht jetzt auch. Ja, es sollte reichen. Wohlstand. Das neue Gebäude sieht einfach toll aus. Wohlhabende Sims bauen gerne schöne Häuser in einer Stadt mit starker Infrastruktur. Je besser die Versorgung, umso schöner werden die neuen Gebäude. Und jetzt? Ops. Oh, Einwohner-Schub. Dankeschön. Ach ja, stimmt. Ähm, hier war irgendwie so eine Aufgabe. Erreiche 50... Äh... Erreiche das... Bewohner-Ziel 50 Personen. Ja, das haben wir jetzt auch schon... längst erreicht. Ich habe es halt schon... eingesammelt. Und jetzt haben wir ein neues hier. Strand-Erweiterungsbereich freischalten, ähm... Surfer-Strand bauen und Bevölkerungs-Ziel 70.000. Habe ich jetzt erreicht. Ähm, ja. So, dann kann ich mal hier zwei neue Häuser hinstellen. Das hier kann ich schon machen. Und was wird da? Ah, Gemüse. Ähm... Sie haben übrigens auch das, äh... Design von Eva überarbeitet, aber... Ah, dann mache ich nicht. 430. 480. Wir brauchen irgendwas. Das hier. So, machen wir das hier. Und jetzt gucken wir mal, was wir da bekommen. Ich glaube, ich werde dann bis zur nächsten Folge, ähm... nochmal 500 sammeln, dann können wir gleich am Anfang das machen. Und? Waldkanginchenrutsche. Schub 20. Oh, cool. Ich guck mal kurz, was für einen Radius das Teil hat. Ah, das ist ziemlich klein. Nee. Nee, mach ich vielleicht... ...hier hin oder so. Oder... Ja, hier hin. Oder kann ich das verkaufen? Ja. 6000. Ja, okay. Also, der Schub war schon ganz okay, aber... ...gefällt mir nicht so. Gemüse. Oh, da stelle ich gerade eins her, aber... ...ich habe keine Samen. Na, super. 0, 1, 0, 1, 0, 1... Ach ja, wir haben hier auch Textilien freigeschaltet mit Level 15. Und jetzt haben wir nur 6 Fabriken, aber... ...7 Sachen, die wir herstellen können, deshalb muss ich jetzt mal gucken. Also, Stahl auf jeden Fall. Holz. Okay, ich mach mal alles außer Chemikalien. So. Oh, das ist ja ein riesiger Wolkenkratzer. Wird das ein Hotel sein? Nee. Normans Turm. Hat aber einen Helikopterlandeplatz oben. Okay. Und was ist das hier? Wer ist das? Gilbert. Äh, okay, Gilbert. Heißt bitte so. Hier fehlt die Bulldozer-Schaufel. Ich könnte sie mir kaufen, aber mach ich, glaub ich, nicht. Nee. Nee, mach ich nicht. Ja. Ah, nee. Wie sieht's hier aus? Oh! Habe ich gar nicht bemerkt. So, mal gucken. Ah, das können wir auch erhöhen. Cool. 3 von 4, 3 von 4, 1 von 4. Okay, jetzt brauchen wir sogar 4 Sachen zum Upgraden. Äh, ist jetzt halt schon doof, dass ich das hier nicht machen kann. Okay, mach ich dann doch lieber weg. Mal gucken, wann das nächste kommt. Vielleicht kann ich das dann ja machen. Guck mal kurz bei Heinz vorbei, vielleicht hat er ja auch was. Das ist ja irgendwo ein Geschenk. Auch nicht. Das ist ja irgendwo ein Geschenk. Auch nicht. ein Stahl in Plastik. Puh, 16 Stahl. Oh, äh, nee. Das kann weg. Ja, ja. Ja, okay. Mal sehen, ob wir irgendwas hier noch... Oh ja, da kann man definitiv noch was hinbauen. So, glaub ich. Okay, dann müssen wir mal das hier kurz wegnehmen. Und da hin mal kurz hinpacken. Sonst werden die Leute nicht gebildet. So. Ja, hier hat die Universität die Leute nicht gebildet. Das braucht man für den, ähm, für das Kernkraftwerk hier. Kernfusionsanlage, genau. Die Universität. Dann hätten wir mal endlich sauberen Strom. Aber dazu braucht man, äh, die allgemeine Hochschule und die braucht das Gymnasium. Und da hab ich nicht mehr genug, äh, goldenen Schlüssel. Mal sehen, kann ich hier noch einen aufs Bahnhof hinmachen. Ah, nee, ich hab nicht genug Schlüssel. Hundert! Hundert SIM-Cache für einen einzigen Schlüssel einfach. Bitte was? Als ob... Oh, ähm, ähm. Ja, da gab's einen kurzen Cut. Da kam eine Werbung. Dadurch ist jetzt das Plastik schneller fertig geworden. Naja, beschweren würde ich mich darüber nicht, weil ich kann jetzt dadurch ein paar Häuser mehr upgraden. Ah, Gemüse brauchen die. Hundertdreißig schon. Hundertdreißig schon. Okay. Ein Brett. Okay. Oh. Oh. Smart City. Bieten sie 30 Wohngebiet Unterrichtsdienste an. Oh. So was gibt's auch? Gibt es auch mit, ähm... Nee, es gibt es nicht mit Transportmitteln. Eigentlich schade. Nein! Und da kam wieder eine Werbung. Okay. Ja, ich hab drei Stunden Zeit damit gespart, also... Also es ist okay. Vier Kleber. Ich hab keine Chemikalien. Äh, nein, tut mir leid. Ähm... Ähm... Äh... Äh... Du warst du! Ja, okay, ich glaub, wir kommen jetzt nicht mehr... Nicht mehr weiter. Ich glaub, die Folge ist jetzt vorbei, ähm... Bis zur nächsten Folge hab ich dann hier... 500 Ostereier. Und wahrscheinlich einen goldenen Schlüssel mehr, damit wir uns... ...den Busbahnhof holen können. Also... Bis zur nächsten Folge, Leute. Und schaltet wieder ein. Tschau!